und herzlich willkommen zurück bei antwortet mit dem nathan drake hier so wir sind das letzte mal in der letzten folge hier an dem u-boot angekommen so und so ein altes umboot von außen zu sehen das reicht mir natürlich nicht also wollen wir auch rein gehen so abfahrt so aber wir haben ja hier die komische liane und das war ein abenteuer hier hoch zu kommen so ja weil die die ich war mir die steuerung hier von anschauen 1 die macht es mir nahezu ja ja weiter runter wir haben es einmal schon aufgeschafft ich hatte schon überlegt hier auf screen hochzuklettern und dann die auch noch mal zu schalten ich meine das kann ich ja immer noch machen aufnahme einfach aus hochklettern und dann einzuhalten dann werde ich diese quatsch schon niemals sehen denn ich bin da noch nicht mal hier dran also ein stückchen runter ja ja wie gesagt das ist so ein misst hier ich will die ganze folge mit der blöden jahre verbringen ja komm hoch mit dir aufpassen dass wir nicht wieder runter die frage müssen wir jetzt hin da oben ist da oben ist eine kante ja genau das ist jetzt nicht dein scheiß ernst du sollst hier hochklettern mensch das bringt das den dingen die schon ja ich muss auch kurz nachgucken weil manchen ja komm mit mir runter fallen wieder also ich glaube ich gehe kaputt sogar hoch hier ja aber Na, du sollst hoch. Ich drück nach oben mit dem Stick. Du musst doch jetzt eigentlich einfach hier hinter... Warte mal. Ich muss erst mal gucken. Wo kommen wir hier hin? Hier ging die Kante doch weiter rum. Ach so, hier ist das ein Schatz. Was heißt los? Die nehmen wir natürlich mit. Jo, 65 Schätzen. Wie viel haben wir verpasst? Und jetzt da rüber. Das Problem ist... Diese blöde Kameraführung. Ja, ich schwache mich wieder nur. Na, du sollst hier... Hey, pass da oben mal auf. Da geht's tief runter. Ja, kannst du hier hochklettern. Ja. Hier geh mal vorsichtig langsam hier lang. Ich will den Scheiß mit dem Janne und dort unten nicht noch mal machen müssen. Ja. Das ist, wenn diese Kamera sich so automatisch mitdreht hier. Das ist zum Kotzen. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? So, müssen wir vielleicht hier hoch... Müssen wir hier hoch. So. Das ist immer witzig. Normalerweise schafft er ja den Sprung hier. Guck mal an. Das ist ja eine Kante hier. Das ist ja lächerlich. So. Aber er ist vom Spiel nicht vorgesehen. Also tut er so, als ob er nicht hochkommt. So. Äh. Geh mal hoch hier. Kannst du hier hochgehen? Ja. So. Und jetzt gehst du wieder hier runter. So. Nein. Och nee. Nee. Ab wann muss ich jetzt noch mal machen? Oh. Hauptsache nicht von ganz unten. Ja. Ich habe einmal zu viel gedrückt. Ich weiß. Ja. So. So was mit der Liane dort unten, das ist... Lass mir doch mal die Kamera hier. Äh. So was mit der Liane, das ist ja immer, äh, dann Rage Quit Grund Nummer 1. Ich hätte mal hier hoch. Ach so, wir sollen da rüber. Oh. Darüber. Ähm. Ach nee, warte, 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 wir sollen hier hoch. Ja. So. Hier rüber. Raid, von dort kannst du dich wohl direkt ins Urboot fallen lassen. Ja. Dankeschön. Da sind wir erstmal auf dem Urboot. Wir können uns ja auch mal... Ja, bist du gegen Täternausgeben? Haha. Sehr witzig. Wir können uns ja auch mal an der, ähm, geilen Grafik hier von 2007 ergänzen. Jo, genug ergötzt. So, ähm, ein Wasserfall. So. Da vorne ist nämlich noch ein Schatz, ich sehe es doch blinken. Ja, ja, ist so gut. Ja. So. Das ist aber auch hier, guck mal ja. Ein bisschen Panorama. Hätte wirklich doof, dass es hier doch nicht die Foto im Urbis gibt. Da ist so eine Scheiße. So. So. Nächstes Jahr, glaube ich, äh, ist es nächstes Jahr, soll ja der Film ins Kino kommen, der anschaut ins Kino-Film. So. Und über den Schauspieler, der den Nathan spielen soll, wurde ich sicher schon oft beklagt. Hä? Äh, der, 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 hier, Spider-Man. Naja, zuletzt bei Avengers, der Spider-Man gespielt hat, der Tom Holland. So. Und ich habe auch was gelesen, er selbst ist nicht zufrieden damit. So. Was, was, was denn? Was, was dreht du denn die Kamera-Mäh hier hin? Was ist denn hier? Ich soll doch so in die Würde Luke rein. Oder etwa nicht. Komm, rein hier. Ja, komm. So. Ich dachte jetzt gerade, ich kriege die Katzen. So. Okay. Bin drin. Was siehst du? Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut. Und Suppe. Suppe. Das heißt, das heißt Suppe. Süpie. Kennt das jemand? Süpie. Sack, Suppe. Ja, als die Simpsons doch lustig waren. Ja. Ja. Ähm. Erstmal hier. Stößt. Mit Wasser. Ähm. Ja, warte mal. Können wir in die Richtung? In welche Richtung gehen wir jetzt zuerst? Weil wir wollen ja Schätze finden. So, können wir in die Richtung. Nee. Gehen wir mal weiter. Das Problem ist wegen Munition finden. Hatte ich ja in der ersten Folge gesagt. Das Problem ist, dass, äh, das mit den Waffen, mit den Waffen ist ja hier anders. Das ist ja mehr wie bei, äh, wirklich bei, bei, äh, Tomb Raider Legend. Äh, dass ja die Waffen dann immer aufhebt, die er findet. So, und dann auch wieder wegschmeißt. Na komm. Mach auf. So. Ja, bei potenziellen Cutscenes, äh, muss die Kamera weg. Hä? Na, wo kommt der? Die denn her, mein leicht verwester Freund. Ich glaub, die Spur ist wieder heiß geworden. Wie das? Tja, hier liegt ein Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Aber die Prägung darauf hab ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Ganz wie groß das U-Boot von innen, oder? Kann das sein? Weil sich oben auf dem U-Boot langgelaufen, dann war das nicht so groß. Ja, wieder gespickt mit Quicktime-Events. Ich hab' ja im Auge hier, wenn wir mit der Anschluss-Reihe durch sind, eventuell die ganzen, äh, äh, Quantic Cream-Spiele. Und da, da wir da sowieso die ganze Zeit Quicktime-Events haben. Ähm, ich sag's gar nicht mal so schlecht, aber wir zu üben haben. Gemähtlich. Jo. Auf jeden Fall. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Käpt'n auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt, zerfetzt. Was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Warte mal. Das gibt's doch nicht. Was gefunden, Kleiner? UK-2642. UK. UK. UK-2642. Bingo. Alles klar bei dir? Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaub, ich hab' die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Bist du da? Sullivan! Jo. Äh, ich würd sagen, wir machen uns mal hier einen neuen Speicherstand. Äh, blablablablablablabla. Bac, bac, bac. Äh, 29.3. Das ist das von heute, genau. Ja, das ist ja das, was ich sagte. Das ist ja das Speicherplatz, das wir uns letztes Mal hier am Ende gestellt haben. Und hier wird ja weiter drauf gespeichert. So, wir machen natürlich hier von unten weiter. So, haben wir hier jetzt noch irgendwas? So, keine Ahnung. So, hier ist nichts zu finden. So, ja, hier ist es ziemlich rar, äh, gläglich ausgestattet hier mit Sachen, die man finden kann. So. Äh, ich find das aber immer wieder schön, dass, äh, in solchen Spielen, wenn sie hier auch eine deutsche, äh, ähm, Lokalisierung erhalten. Das ist wohl nicht gut. Und hier, auf geht's! Hey, hey! Deine Freunde, Sally! Gabriel Wilber. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, da rüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Grey. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, im Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche mit. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet der immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Grey, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Erfarsch dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass Sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr weh tun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! Sully! Was ist so ein Dreckskerl? Haltet ihn! Lass sie nicht durch! Lass sie nicht durch! Ja. Lass sie nicht durch! Sprinten, ich weiß gerade gar nicht. Du hast hier den, äh... Langsam, Cowboy. Das ist Twist am Haun am Dog. Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier allein. Ich funke voll raus. Es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja. Und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte, sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Dann geht doch die Sonne auf, oder? So, wo müssen wir lang hier? Ja. Witzig. Hier lang? Nee, sind wir halt gerade hier hergekommen? So. Ach so, wir sind hier wieder. Jo. Ähm... Ja, lass mal nach. Der lädt nicht nach. So. Na, komm mal vorher. Na, war Waffen einsam in mir. Ja. So, Munition voll. Immer schießt jemand auf dich. Die schießen auf uns beide, oder? Ah! 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 Ah, ja, hier. Ah, nimm, nimm! So, Waffe wechseln, hier. So, wir nehmen hier natürlich die hier. So. So, wo sind wir jetzt hergekommen? Äh, hier. Schau mal hier hoch. Er ist da drüben! Ah, hier. gesagt wir haben keine direkte lebensanzeige hier oder wo wir sagen könnten der kam es gleich tot oder eben nicht tot so da unten ok können wir jetzt mit der leerwand hier vorm verstecken hier nein hier ok kannst du laufen mit angeziehen ja tot ja hier war wieder ja scheiß mit dem springer zusammenbleiben naja kracktreffer komm wir müssen noch mal tropfen gegen kriegen man muss eigentlich ein bisschen knapp springen manchmal aber wie gesagt das geht halt immer ein bisschen doof was zum teufel ist das hier überhaupt lange geschichte später so sie wurden jetzt jemand nein hör doch mal auf du solltest dich eigentlich hier verstecken ja ok äh x was drücken sie ja noch nichts nach vorne um in die deckung zu gehen da oben sind doch bestimmt welche oder warte mal wir müssen ja drum herum das Ding ähm wie lange haben wir noch jo mädel geh mal beiseite hier komm mach mal Platz mach doch mal das weib schiebt mich zurück so lass los gibt's ja wohl nicht so ähm lass sie nicht durch puh lass sie nicht durch er ist da drüben na warte mal wir haben nur noch einen scheiße nein nein ah ja 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 da hat noch den Kopf zu äh warte 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 komm los geht's ja da haben wir vor dort oben hast du dich gesagt was ein mädel ich glaube schon ich weiß es nicht haben wir hier mal wieder weiß ich wollte mich echt verraschen hier mal hier ja komm jawohl wir sind hier nimm mal das weiter ich glaube das ist auch ein header du sollst hier waffen mitnehmen genau nimm nochmal hier waffen mit ach da hat der herr wieder genug oder langweilig wird es nie was bleiben sie in deckung die typen meines ernst ja hier müssen wir jetzt hochklettern oder sind oder runter geklettert soll ich mich da getäuscht haben ja ja ich weiß drauf irgendwo war eine leiter da so hier diese steine das sagt schon alles das jetzt hier bei lava ist die brauchen erstmal nur zu kommen da können wir jetzt erstmal hier mumpeln einsammeln damit mal mumpeln ein ja mit da geht es doch schon weiter so haben wir hier mal wieder bisschen was so wo sind die also geht manchmal mit den kopfschüssen aber eben auch nicht immer so genau so ich wollte schon wieder hier rüber springen das war ja wo wir das ding hier und eher um umgeschmissen haben los geht hier lang er hat doch bestimmt noch hier warten genau das klingt irgendwie wie platzpatronen was die dort macht da kommt da kommt oh Entschuldigung Ui Na toll Sicherheit hinten Da sind wir grad nicht gut zu heiße drum Da würde ich erstmal bisschen erholen Der Kerl Ja der klemmt Nein Oh Nein 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 Also den Scheiß so zu platzieren Du sollst die hier dahinter klemmen Oh 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 Okay Wer ist hier Na komm vorruf Das wirst du bereuen Oh nein Ja Komm doch hinter du Blödmann Okay Jawoll Ja bin ja dabei Oh Das war ein Heller Der hat gefruchtet So Ähm Okay Die da oben hätten wir Ich bin noch nicht sicher ob der sich direkt regeneriert jetzt eigentlich hier Wenn der Wir angeschossen werden und das äh Also eine weile warten dass der wieder hier bisschen äh Power kriegt So Ja hoch hier Komm Hm Nimm doch nicht mit der hat genug So Wie weit kommen wir jetzt noch in der Folge Bleiben sie bei mir Hm Noch sind wir beim sie Wo denn Ja Woah Ah Ah Hm Fleisch bist du hart Fleisch Ja Ah 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 Äh äh Er muss immer auf dem就是 noch dachladen Ja Richtig Ja richtig genau Das war okay das war ein header der letzte ich denke mal ich muss erst mal die mumpeln sammeln mädel jetzt warte mal ab ja ein weiber das hier mal so hetzen müssen okay irgendwo noch einer aber da sowieso bloß im mumpel liegen mitnehmen kann okay okay ich würde mal sagen wir machen uns jetzt hier einen speicherplatz und machen ja an der stelle ich weiß nicht mehr ob ich hier den jeep jetzt fahren muss keine ahnung wir machen an der stelle aber erstmal feierabend wie gesagt wie die zeit ist rum damit hoffe ich das ganze ding heute hier hatte ich ein bisschen gefallen dankeschön auf jeden fall fürs zusehen gebt mir daumen nach oben wenn es euch gefallen hat gelassen gerne ein abo da und besucht mich auch gerne auf twitch tv würde mich sehr freuen ich würde mich sehr freuen und damit dankeschön und ciao und ich würde mich sehr freuen